Die schöne Kulisse, die wir hier haben, weil es einfach einzigartig ist, auf dem Wasser zu schießen, auf eine Brücke zu schießen, weil man so gerade einen doppelten Effekt hat und so das ganze Feuerwerk einfach doppelt so effektiv ist. Eigentlich immer, ich sage jetzt mal, jeder gute Künstler hat ein bisschen Lampenfieber und es ist halt bei jedem Feuerwerk immer so, dass wir, du hast nur eine Chance und wenn das ist halt nicht so toll, eigentlich arbeiten wir darauf hin, dass wir das nicht tun und freuen uns auf jedes Feuerwerk ein bisschen Lampenfieber, da sind wir dabei. Ja, war super schön und allgemein war es super und wie kurz Pause war und dann ist es nochmal losgegangen und das habe ich super gefahren. Und schau, los, haben wir Essen voll. Hi, also wir haben heute Abschlussgarten, jetzt haben wir fast jemanden oder her und schauen mal, das ist eigentlich Feuerwerk da und es ist auch super.